hao wie diri und schüttelst du das jetzt zu minecraft mehr normal geht nicht opula wie man sieht habe ich da schon ein bissel aufgeräumt lustigerweise brauche ich nicht mehr um jetzt die treppen weil wir kappen eigentlich anders auffüllen das war besser aufgefallen aber ist wurscht so ich zeige jetzt mal was ich so ein bissel gemacht habe und dem freitag was ich habe man sieht schon wir haben jetzt zwei ganze fehl ich habe ein bissel samenbesorgung gemacht wie man das so sagen kann weil es dauert halt ewig bis du was machst gescheit ist halt einfach normales minecraft man merkt es ist übelst lang was du wie du es da braucht und es ist einfach nur ein zimmer da möchtest du auch noch mal da habe ich unseren rollo pflanzt also der wird einfach so bleiben die wird jetzt nieder wird den unten vielleicht ein bisschen ausleuchten dass nicht wenn man auch schon nicht so viele monsters bohnen auf das habe ich keine lust da haben wir jetzt einfach mal ein bissel zuckerreiche wenn jemand denkt bevor man uns jetzt da hinten irgendwie übeln weil ein bissel holz gesammelt man sieht es bloß nicht die überdinkt kann man da noch ein paar mehr sitzen ok nein ich habe mir denkt wir müssen mal das ist richtig fett gehen so immer mit ist so so okay das ist nicht mehr was ok 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 so was was braucht man überhaupt okay also wir brauchen genau also da ist die Erde ich hab mir jetzt mal um okay ich hab genau 2 Ehren brutal ah, weil ich aufgesammelt hab das ist es irgendwie getroppt So, da sieht man jetzt noch mal ein bisschen Erden haben wir da auch noch unmaß, ist mir aufgefallen. Erst da haben wir mich nirgends, so richtig. Na, schaut nicht so aus. Ich muss mich aus sich ein bisschen leiser machen. Einen Moment, dass man mir hört. Hallo, 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 hallo. Ich hoffe, dass man das jetzt nicht zu laut hört, hallo, 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 ich glaube, ich muss das Mikro weiter herstellen, aber es ist neu, na, hallo, ich hoffe, dass man mich jetzt hört. Einen Moment, ich mach das Mikro aus. So jetzt, jetzt müsstet ihr mich wahrscheinlich super hören und jetzt hört man hier wahrscheinlich wieder super gut schnaufen. mal, ich will mir jetzt wieder einen Soundcloud da, da ist es besser so, jawohl, so mögen wir das. So, mir widmen wir uns jetzt halt unsere Fälle da hinten und den wir da mal die zweite Etage mehr oder weniger hinbauen, weil ich mal das ein bisschen zeigen möchte, wie ich das gemeint hätte, aber wir werden wir das Ganze nicht, also wir werden die Flüsse da unten nicht mit Holz machen, äh, ich muss damit kurz durch, sondern wir werden die mit Stein machen, wahrscheinlich nicht mit, äh, mit, äh, irgendwas schön stein mäßigend, oder? Mussten wir uns kurz mal eine Axt machen, weil ich kann nicht mehr hoch, von lauter Rumhockerei so, jetzt, so, da muss ich, das ist so schön, da muss ich jetzt nicht so aufpassen, dass irgendwo öps ist, weil du nix ist, ganz einfach, so, 45 kann man da, muss man da hinten gucken, so, tup, 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 macht man jetzt einfach mal, äh, machen wir mal kurz da oben weg, scheiße, erst mal den da weg, zurück. Dann wieder das her, den weg, den her, den her, bis dort. Wie sind wir jetzt? Da, 1 2 3. 1 2 3. Und jetzt haben wir da hinten 1 2 3 von. Wo soll sie sich gut ausschauen? Gut, dass wir uns die Axt schon gemacht haben. Ach, weil da geht es gar nicht. Ah, da haben wir damals das Eck nicht mehr abbauen können, glaube ich. Oder ich habe es einfach aus irgendeinem Grund nicht gemacht. Nein, ist jetzt wurscht. Jetzt haben wir es abgebaut. Schauen wir mal. So müssen wir es jetzt aber passen. Dann... P-p-p-p-passen. P-p-p-p-p-passen. Wann noch? Komm, komm, komm. Eins, zwei. Wir sind jetzt alle gleich außer. Jawohl. Dann... Wir haben noch nicht mehr die Wur verbraucht. Hätte ich jetzt nicht denkt. Dann braucht man mir... Irgendwo... Also da braucht man auf alle Fälle... Wander die Messung. Und da braucht man dann auch wieder... Rauschen, weil wir da wieder... Und rauskommen. Eins, zwei, drei... Und da braucht man dann auch wieder raus, weil wir da wieder... Und rauskommen. Eins, zwei, drei... Und... Das Fail. Ja, die haben wir dabei. Eins, zwei, drei... Drei... Vier... Fünf... Sechs... Bam... 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 Das ist auch die Schiene, bei der ich fail. Da kannst du einfach schon mit euch bauen. Da kannst du einfach schon mit euch bauen. Das Ding, wenn ich das jetzt so mache... Dass wir dann unten unsere Beleuchtung halt selber hinmachen. Mehr oder weniger. Und dann sehen wir auch mal, wie das so ein bisserl hinhaut. Wie man jetzt äh... Das ist so... Okay, gut. Eins, zwei, drei... Vier... Eins, zwei, drei... Vier... Da... Abam... Jawoll... Also so ungefähr schaut das dann aus... Ah, ich hab da... Ah, da hab ich auch noch gar nicht, oder? Ist mir gerade aufgefallen. Da hab ich auch noch gar nichts gesetzt, oder? Also man möchte aber auch ziemlich verirren. Das ist alles so hier hat, wie man mich... Das ist mir egal... Wir werden hier draufziehen. Ein, zwei, drei... Ihr könnt doch einfach völlig gerne... Wie gehen jetzt hin rein. So, dann haben wir jetzt mal dieses, was es ja so ausschaut und eigentlich ist es da überall nur ausfüllen, aber um das geht es nicht. Jetzt geht es euch bloß um die Säulen, dass sie was wie Hody haben. Irgendwann muss er das Wasser dann stoppen, das schaut ja sonst unrealistisch aus. Nämlich wird es ja nicht, dass es unrealistisch ausschaut. So, dann da haben wir gesagt, guck, geh wir da hinten, ja. So, na, die haben wir da nur einen drauf. Außen, da haben wir ja schon nur einen. Okay, da ist auch noch, uh, ich wollte es nicht riskieren, aber das ist auch schon okay. So, also so schaut das dann von Oma aus und das wird dann ein übelstes Gewächshaus, mehr oder weniger, das wo eigentlich im Berg versteckt ist, ohne das wirklich versteckt ist. So, wir brauchen da jetzt unbedingt nur so, wie das, das braucht man. Und wenn man wieder zwei rauskriegt. Das ist immer gut für das neue Fädel dann. Aber eigentlich hätte ich, dass das mal össlich fertig wird, aber irgendwie wird da nichts fertig. Da hinten ist das Zucker da, das wächst schneller aus wie der Weizen, hey. Ich hätte ja gerne mal so, äh, so Kartoffeln, aber irgendwie, irgendwie wird das nichts bei uns da. Na, ich kann das Mikro da ein bisschen leher dran, weil sonst dreht ich irgendwo hin und ich hört es mich gar nicht. So. Dann, wir müssen mal kurz über Fackeln machen. Es schaut sich nicht aus, als wäre das so ein kleines Heißel und unten ist dann so ein riesen Klotz am Bein irgendwie. Wir haben ja jetzt so viel raus. Oh, so viel, wenn wir gar nicht brauchen. Dann geht's mal so. Das muss, ja, das reicht noch mal. Halt das. Das würde ich nicht. Jetzt geht's wieder her. Ich hab Lust, die Sonnen da drin beleuchten. Da werden wir jetzt einfach dabei mit den Steuer hernehmen. Ach, stimmt. Ah, jetzt weiß ich auch wieder, wie ich das beim anderen gemacht hatte. Da werden wir eventuell noch mal ein bisschen, obwohl ich... Ah, das habe ja komplett anders gemacht, glaube ich. So, ähnlich habe ich schon mal gebaut. Obwohl, ich weiß auch, wie ich das so hinbekomme. Ah, ja. Ich war schon wieder neben der Spur irgendwie. Ich war schon wieder irgendwo unterwegs. Und meine Gedanken. So, da. Und da. Und da. Und da. Und da. Und da braucht man bloß innen. Weil denn das hier muss ich... Das wird mir was gescheites. So, hier nicht. So. Da. Und da. Dann gehen wir runter. Und gehen wir da so weiter. Und da müssen wir dann da und da noch machen. Da müssen wir schnell an eine setzen. So. So. Und da gehen wir jetzt auch mal. Bam, bam, bam. Also so Fädle habe ich inzwischen so aufgebaut, dass ich einfach auswendig weiß, wie ich das bauen muss. Auch mal ganz interessant. Jetzt. Okay. Da kann ich bis. Vierer. Da auch. Und am Prinzip. Kann ich da wieder aufmachen. Oh, ich habe schon wieder Ideen da. Hier. 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 Das haben wir doch jetzt auch erst ausprobieren. Wie sehr gefällt es einfach. Das ist so amper Ich glaube, du hast so viele Möglichkeiten von dem her. Dern wir wieder die smokern. Und dann machen wir unsere Beleuchtung hin. Hier. Dann hast du nämlich dazu haben wir gewaltendes Licht, oder? Das was du sowieso immer brauchst. Damit hast du das Licht. da kommt dann auch noch hin dann braucht man noch Verkleidung für das Fädel mehr oder weniger auf der Seite müssen wir es natürlich auch noch machen jawohl so wenn dann zum Beispiel nicht genug Licht da war wenn es dann zu dunkel ist wie in der Höhle dann kann es sein, dass du die ganzen Samen aus der Erde auszutroppen und dann kannst du da nichts abbauen, weil du kein Licht hast das kann auch oft ein Faktor sein, dass es nicht geht dass man was gebaut und das nicht geht, dass es wächst es braucht oft nur länger an sechs Toner braucht man, Steine braucht man das ist was wir jetzt sehen, wir schauen wir uns jetzt mal hier vor außen an es schaut aus, es ist perfekt eingepasst, das sieht man einfach es ist so geil, als war das da schon immer so drin das kann man da jetzt mal fertig machen kann man mal ein bisschen Erde holen dann können wir das ja richtig schön fertig machen und dann wird das auch mal irgendwann fertig also nächste Zeit nächste Woche dann werden wir mal wieder in Töle gehen und Kohle und Eisen holen und dann schalten wir uns auch wieder die Monster an aber wie gesagt, wenn ich jetzt da rumtouren bei uns dann bringt es ja sowieso nichts, wenn ich das mache was möchte ich denn überhaupt ich will die Erde holen jetzt haben wir so eine Reihe das wollte ich das hat mich aufhören also perfekt, was das nochtron ist sonst hätte ich an die Beleuchtung, wie du mal gar nicht denkt ich kenne das nämlich selber ich habe so oft schon fail gebaut, weil wir uns gedacht haben ach was soll ich jetzt vergessen wieder Dinge dran und dann kommt es da auf einmal so 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 da müssen wir jetzt mal raus da dann wir machen wir da hinten da hinten das jetzt mal vollziehen machen so das so auch gehen schauen wir mal so dort ich habe mich nicht daraufhin ich habe das sogar schon mal so gemacht ich habe es sogar schon mal in den Berg eingebaut und dann habe ich in den Erden dann habe ich dann mein Failcode so dass ich da gescheit ein habe können und dann von Oma aus hast du deine da ist nichts aufgefallen gar nicht wusste wo du deine Zeit machst das war schon cool aber es ist auch schon wieder ewig her dass ich es gemacht habe aha das klappt so nicht in einer Necke dass wir doch noch einen oh nein ist wurscht ich war gerade mal ich war wieder ah nein ist wurscht brauchen wir es früher oder später brauchen wir es sowieso irgendwann mal so und dann dann zeige ich euch jetzt was ich gemeint habe aber zuvor mache ich da hinten noch eine Treppe hin genau machen wir da jetzt einfach mal so weil da kommt sowieso noch was anderes dann drauf ähm genau ich möchte da eine Treppe her machen da können wir gleich mal den machen da reitern nämlich nicht immer so aufpassen da lobo dort ist da macht man auf alle Fälle mal frei dort oder oder wie macht man so einen Zugang vom Haus da oben das wäre natürlich auch geil ich hätte gerne einen Zugang vom Haus und vor außen ich möchte jetzt davon keinen Zugang haben aber ich hätte gerne einen Zugang vom Haus auch noch da ich möchte jetzt mal wird sowieso noch mal anders das das wird sowieso noch mal anders ist mir mal so und sinken weil das kommt schon aus weg die Erden weg die Erden kommt schon dann dann kommen wir da nämlich mal gescheit runter das noch dann geht es da noch weg jawohl so jetzt aber jetzt macht man das was ich eigentlich machen nicht äh da habe ich das auch nicht das noch mal kurz jetzt müssen wir wieder da oben weil die treten so blöd aus ich hoffe dass das jetzt so wird also wir müssen erstmal brauchen wir noch äh den 1 2 3 aber ich brauche ich ah wei was tue ich denn schon wieder ach halt das nicht mit dem Wasser einmal geht doch so viel schneller hier heute läuft schon wieder so gehe ich heute läuft schon wieder super äh ich muss erst auslernen bin ich wieder nicht mehr gewohnt wo der bucket da müssen wir rauf jetzt schon wieder bohren der reif entweder bringt das licht jetzt wirklich so fei oder es verarscht mich einfach so dann hoffe dass das funktioniert ach ja dann ist es natürlich perfekt wenn das so hier hat also jetzt müsste das jawohl genau ja aber da hinten hinten obwohl ich das jetzt vor äh vorher ist das nicht wursch ich habe da noch was anderes vor aber das das klären wir dann mal anders mal werden wir da jetzt noch äh das machen damit wir da wieder durch können schaut doch gut aus oder schaut zu viel also es schaut irgendwie natürlich aus aber irgendwie auch nicht auf das und das mischt man hinaus so bamm 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 Genießt's und ein schönes Wochenende. Haavidiri!